so also man merke es ist sehr sehr leise hier drin das ist die leistungsanzeige ich fahr gerade mit 14,7 kilowatt das ding beschleunigt in einem gang ohne so jetzt machen wir autopilot an wir halten genau abstand zu dem vorausfahrenden man spart sehr viel energie und das ist wesentlich stressfrei